Wir alle kennen und lieben den GTK Boxer. Doch wusstet ihr, dass es massenhaft Module für dieses gepanzerte Fahrzeug gibt? Hier stellen wir euch die Module vor, Part 1. Das erste Modul unserer Reihe ist der Boxer Yoda. Der wird aktuell auch von der Bundeswehr als Versuchsfahrzeug verwendet. Auch gibt es den Boxer Skyranger 30. Dieser ist eine Short-Range Air-Defense-Lösung. Von der Skyranger-Modul-Reihe gibt es verschiedene Versionen. Da ist der Skyranger 35 alt und der Skyranger 35 neu. Der Boxer NNBS Iris T-SLS wird der neue Raketenflugabwehrpanzer der Bundeswehr. Zudem gibt es die Boxer auch in der Schützenpanzer-Version. Das wären Boxer LM-CTAS, ein Boxer mit Manga 300, der Boxer IEV RCT-30, Boxer Wilkars, ein Boxer mit CRV Lens Turret und der Boxer RT-60. Für eine ausführliche Beschreibung der Varianten schaut euch das neue Video auf unserem Kanal an.